Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Territory. Wo habe ich denn gerade hingeguckt? Äh, so. Ich muss auf die Zeit achten. Aber wir wollen das nächste Hütchen anschauen. Und das machen wir jetzt auch. Jupp. Bye. Und wenn wir hier Gesellschaft kriegen, dann werden wir denen gleich schon mal zeigen, wer hier der Chef ist. Man sieht die halt vorher auch nicht, ne? Also ich schaue hier gerade. Aha. Verdammt noch mal. Da sind voll viele. So, der hat's hinter sich. Shit. So, der auch. Hunter Loot. Dead Body. Huch. Leiter. Nehme ich mit. So. Dann, was bringt so ein First Aid Kit? Oh, ganz schön viel. Dann noch ein, zwei Bandagen hinterher. Waren das die zwei oder waren das noch mehr? Toll, fünf Coins hat der dabei. Naja, wenigstens Cloth und Duct Tape. So. Die nächste Cabin. Bären. Hast du Steg in Massen, darfst du trotzdem nie verwehren. Halte deine Bären in Ehren. So. Okay, was haben wir hier? Einen Military Backpack. Der nimmt zu viel Platz weg. So, jetzt aber. Coins, natürlich. Magazin. Kein Platz mehr. Warum ist da Wood? Scrap brauchen wir auch nicht. Alles andere. Alles andere ist wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Sehr gut. Munition für hier. Da ist schon wieder völliges Chaos hier. Den Military Rucksack, aber den muss ich verkaufen. Das ist viel wert. Oh man. Zu viel Zeug. Oh man, der nimmt viel zu viel Platz weg. Warum hab ich hier Holz schon wieder drin? Die bringt auch nicht so viel, ne? Die Axt. Komm, ich esse was. Die Coins sind schon wieder nicht gestackt. Die Axt passt sonst nicht mehr rein. Da sind immer noch Coins. Verdammt normal. Ach so. So. Dann hier die Magazine rein. Ah, die Axt nimmt mehr Platz weg. Verdammt. So, ein Fürst Aide geht da rein. Aber dann geht die immer noch nicht rein. Egal. Scheiß drauf. Müssen wir halt die Axt da lassen. Hier war ich schon, ne? Ja. So, nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Vom Ort des Geschehens. Der Ort des Verbrechens. So. Die haben wir. Die wird hier, wird die nicht markiert. Warum wird die hier nicht markiert? Aber zumindest haben wir sie hier mit drin. Also, jetzt müssen wir in diese Richtung. Moment, ich schaue mal noch mal. 30, 30, 35 von 30. Was ist das denn jetzt hier? Sechs Schuss. Na ja, gut. Äh, Bären. Fass ich mal. Hier, diese dämlichen Magazine. Ja, wir brauchen einen Traitor. Und ich weiß auch genau, wo wir einen finden. Und zwar gleich hier vorn. Können wir unseren Loot verkaufen. Und nochmal Munition kaufen. Denn ich brauche viel Munition. Ah, so lohnt sich das Spiel. Geil. Hi. Ich bin's wieder. Hier, nimm mir diesen riesigen Rucksack ab. Tu mir den gefallen. Da. Himmels Willen. So, dann. Feuerzeug, bitte. Hatte ich zwei Feuerzeuge, ja? Lockpicks habe ich nicht. Military nimmt er zum Glück nicht den, den ich aufhabe. Das wäre ja fatal. So, dann. 9mm Munition brauche ich nicht. Kannst du haben. Dann die Magazine. Kannst du haben. Duct Tape kannst du eigentlich auch haben, wenn du willst. Willst du? Willst du? Salatsamen. Lettuce seeds. Also Iron Bars. Hier. Dann. Witze Duct Tape. Duct. 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 Duct Tape. Nein, Duct Tape geht's nicht. Okay. Wasserflasche. Duct Tape. Ne, Moment. Die Wasserflasche nehme ich hier hin. Kohle nehme ich hier hin. Da sind Bandagen. First Aid Kit. Ne, komm. Dann packe ich die hier rein. Geht das? Ja, sehr gut. Und die Coins hier. Was ist, wenn ich die Magazine hier hin tue? Obwohl, ne, scheiß drauf. So. Äh, Munition. Und zwar die 39er, ne? Nein, nicht verkaufen. Kaufen. Item out of stock. Bei dem jetzt auch. Was zur Hölle. Was soll man denn dann was herkriegen? Wo soll ich denn dann was herkriegen? Und wenn ich hier 10 eingebe? Auch nicht. Ich könnte mal speichern. Alright. So. 11.8. Das ist noch falsch. Aber ich glaube, das wird später angezeigt. So ist das Haus. Hier. Und es wird langsam wieder dunkel. Ist mir aber egal. Ich habe einen Red Dot. Und wir gehen zur letzten Cabin. Das ist doch scheiße, wenn die Sachen immer out of stock sind. Das ist echt kacke. Ich brauche dringend Munition. Ich meine, das haben wir bei der 45 auch schon hinbekommen. Ich muss hier lang. Da sind Soldaten. Ja, klar. Plüppen da plötzlich 10 Stück auf, oder was? So viel Munition habe ich ja gar nicht. Vor allem glaube ich, waren das Soldaten und keine Hunters. Und keine Hunters. Oh ja. Ja, das sind Soldaten. Da ist die Hütte. Okay, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber mit so wenig... Außer ich würde hier... Irgendwie versuchen, von hinten heranzukommen. Ne, ich hole mir erst mal die Hütte. Dann ist das mal erledigt. Erst mal die Hütte. Und dann kann ich da ins Verderben rennen. Ich würde versuchen, das Ganze von hinten zu infiltrieren. Weil da ist bestimmt... Da gibt es bestimmt noch Munition. Wobei hier erscheint gar niemand. Hier scheint gar niemand zu sein. Da ist einer. Da ist einer. War das ein Sample oder hat er auf mich geschossen? Da sind doch mehrere. Oha. Nix weg hier. Ja, 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 ja. Okay. Die Jungs sind besser bewaffnet, als ich... Uuuuh. Holla, die Waldfee. Ne, ne. Ne, ne. Lass mal zur Hütte gehen. Ja gut, da werden auch wieder die Hunters sein. Na, vielleicht kann ich die jetzt besser sehen. Beziehungsweise ich glaube, die... Die plöppen immer so auf, oder? Also ihr seht ja jetzt wieder nicht... Nicht sehr viel. Das ist die Hütte, dann sind die da, ne? So, einfach schnell rein. Eisenherz kann ich nicht verkaufen, oder? Ne. Pflanzenfasern. Diese Samen geben zu wenig. Outcast. Hey, ich hab doch Outcast abgeschlossen. Oh, geil. Sehr nice. 39. Äh, das ist 39er. Die kommt hier rein. 9 Millimeter. Hier ist das Verkaufen. Ding. So. Bugshot. Bandagen. Noch mehr Bugshot. Ich glaub... Ich glaub, ich übernachte hier. Hab ich gerade eben beschlossen. Ich glaub, ich übernachte hier in der Hütte. Mal ganz kurz nach draußen schauen. Und dann ganz kurz wieder nach drinnen schauen. Ich steh mal hier hin. Machen wir mal mein Licht aus. Nehmen den 4. So, wir haben sehr viele Coins. 9 Millimeter. 9 Millimeter. Achso, das sind schon 30. Dann haben wir hier... Die. Dann haben wir nochmal Coins. Dann 4 davon. Und noch mehr Bugshot. Okay, also können wir in der nächsten Folge... Denn, äh, ich muss jetzt Schluss machen. Und ich weiß nicht, wann ich wieder dazukomme zum Aufnehmen, aber... Ich hoffe bald. Können wir den nächsten Trader aufsuchen. Und, äh, schauen, wenn ich neu lade. Vielleicht können wir wieder Munition kaufen. Und wenn nicht... Also, hier erstmal, ähm, verkaufen, was da ist. Und... Eventuell durchs Neuladen kriegen wir wieder Munition. Also, können wir wieder Munition kaufen. Nicht mehr Out of Stock. Oder aber... Ähm... Ich esse mal was. Nur zur Sicherheit. Und trink nochmal was. Und muss dran denken, das Ding mal aufzufüllen hier. Ähm... Ja, wenn wir... Wenn er dann nicht mehr Out of Stock ist, dann... Kriegen wir vielleicht... Hey, kann ich vielleicht Sachen in den Backpack tun? Und den Backpack in den Backpack? Wahrscheinlich schon. Aber, ja. Im Moment haben wir genug Inventar. Ähm... Ja. Wird das Zeug verkauft? Und dann schauen wir mal. Und wenn wir... Das hier würde ich mal noch nicht verkaufen. Weil, dann können wir vielleicht... Die Mosin kaufen. Dann hätten wir ein Scharfschützengewehr. Wenn das, äh... Vom Zielvisier her... So ist. Mal gucken, was das Ding so... An Wumms hat. Mal schauen. Bis dahin. Macht's mir gut. Wenn's wieder heißt. Nein. Time to play. Hier. Bei Territory. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, wann ich dazukomme. Ob ich, äh... Dann jetzt, äh... Am nächsten Tag schon wieder... Eine Folge raushauen kann. Oder aber nicht. Äh, wenn nicht, dann verzeiht's mir. Vielleicht gibt's auch wieder fünf Updates. Ich hab keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall immer wieder. Immer. Wenn auch mal. Manchmal mit Pause. Ciao. Ja. Dann bin ich, äh. innov!